Hallo Hausbesitzer, machen Sie sich bereit, Ihren Wohnraum mit 12 unglaublichen Erfindungen zu verwandeln, die Ihr Heimspiel von futuristischen Geräten zu intelligenten Lösungen aufwerten werden. Wir haben alles dabei. Bleiben Sie dabei und entdecken Sie die coolsten Innovationen, die je... ...ein Nummer 1. Heimbewusstseinssystem. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten meilenweit entfernt von zu Hause aus und Sie fragen sich, ob es so ist. Da hinten ist alles in Ordnung. Das Sonnenblumenlabor ist genau das Richtige für Sie. Persönlicher Schutzengel für Ihr Zuhause? Also was zeichnet dieses System zunächst aus? Es ist nicht nur eine Überwachungskamera. Sunflower Lab ist ein Next-Level-Gerät, das künstliche Intelligenz vereint. Fortschrittliche Sensoren und eine Prise Genialität. Diese werbefinanzierten Sensoren ähneln den Augen und Ohren Ihres Zuhauses, können Sie zwischen einem Zusteller unterscheiden Ihr Haustier oder das Nachbarskind, das es liebt spielen in der Nähe Ihres Gartens. Garten nicht falsch Alarme hier und bekommen das nicht einfach so halten, Sie an der Sicherheitskontrolle im Sonnenblumenlabor, an auch Ihre Wetterstation behält Sie im Auge auf die Wettermuster, damit Sie immer informiert sind auf alle 2, a.i. erweiterbare Wohnungen. Stellen Sie sich einen Wohnraum vor, verwandelt sich im Handumdrehen und ist erweiterbar Wohnungen bringen. Innovation ins Ganze, ein neues Level dieser platzsparenden Wunderwerke sind so konzipiert, dass jedes Quadrat maximiert wird, Zoll, was sie perfekt für den Stadtgebrauch macht. Die Genialität von Living Ori liegt in seiner Fähigkeit, um Ihre Uhren mühelos zu verwandeln. Das Wohnzimmer verwandelt sich nahtlos in ein Schlafzimmer oder ein gemütlicher Arbeitsplatz ist nicht nötig. Kompromisse in puncto Komfort oder Stil sind eingegangen. Ich habe alles... Nummer 3. Luno Perola Jetzt, wenn Sie davon träumen, verwandeln Sie Ihren Außenbereich in einen gemütlichen Ort. Der Hafen der Aluno Tech Prola gehört Ihnen Eintrittskarte in einen sofortigen Hinterhof. Transformation ist nicht nur ein Prola. Es ist ein Game Changer, der den Aluno ausmacht. Lassen Sie uns über die Funktionen sprechen. Zunächst einmal einfache Installation, keine Notwendigkeit. Egal ob Mieter oder Profi, folgen Sie einfach den einfachen Anweisungen. Lesen Sie die Anweisungen. Und Sie werden Freude daran haben, in kürzester Zeit einen neuen Rückzugsort im Freien und apropos Spaß am Einstellbarkeit. Mit Liebhabern können Sie die Menge steuern. Sonnenlicht und Schatten. Es ist, als hätte man das eigene, Ihre persönliche Wetterkontrolle für Sie. Nummer 4. Thermacell Lively Also Built Dies ist, wenn Sie mit Freunden grillen oder ein gemütlicher Familienabend im Hinterhof und plötzlich entscheiden, diese lästigen Mücken die Party zum Absturz zu bringen, macht keinen Spaß betreten. Sie die Thermuszelle und leben Sie so wenig. Das Gerät ist auf den ersten Blick ein echter Game Changer. Es ist elegant, tragbar und super einfach zu bedienen. Verwenden Sie einfach die Taste und sagen Sie Voila. Auf Wiedersehen mit den lästigen Mücken. Nein mehr Schlagen oder Ohrfeigen. Einfach pur Outdoor-Glückseligkeit. Hier wird es noch schlimmer, kühler ist der intelligente Teil, den Sie steuern können, das Thermacell Leifelf, direkt von Ihnen Smartphone. Ja. Dafür gibt es eine App, passen Sie die Einstellungen an. Richten Sie einen Schutz, einzonen Sie alles mit ein paar Fingertipps mit Ihrem persönlichen Moskitotürsteher. Aber warten Sie, es gibt noch mehr, das Leifafu nicht ist. Nummer 5. Bitten Sie um Hilfe angenommen. Sie hatten einen langen Tag und alles, was Sie tun möchten, ist sich zurückzulehnen. Und entspannen Sie sich. Da kommt das P2-Bett ins Spiel. Wie ein Superheld für deinen Schlaf, damit innovatives Design können Sie mühelos realisieren. Passen Sie das Bett an, um Ihr perfektes Bett zu finden. Position, ob Sie gerade Binge-Watching betreiben, Lieblingsserie, die einige nachholt lesen, oder Sie möchten einfach nur Ihr Wissen verbessern. Beine nach einem anstrengenden Tag im Pivotbett hat dir im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken gekehrt, einen persönlichen Assistenten für Sie zu haben. Komm vor und lassen Sie uns über Haltbarkeit sprechen. Der Pio Duet ist erstklassig verarbeitet Materialien, die dafür sorgen, dass es den Tests standhält. Keine quietschenden Betten mehr. Nummer 6. Das Gladiator Flex Schranksystem. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Speicherlösung. Das sieht nicht nur elegant aus, sondern auch passt sich gut an Ihre sich ständig ändernden Bedürfnisse, dann steigen Sie ein in das Schranksystem Gladiator Flex. Dieses Ding ist ein Game Changer. Was nun? Mach dieses System zunächst einmal. So besonders. Es geht um diese Flexibilität. Schränke sind wie die, auch Millionen von. Für die Lagerung sind mehr Regale erforderlich. Kein Problem. Ich möchte ein paar Werkzeuge einfach aufhängen. Der Gladiator Flex Schrank passt sich Ihnen nicht an umgekehrt und das Beste daran, kein Werkzeug erforderlich. Ja, Sie haben es gehört, richtig. Es ist ein Diatraum. Individualisiere deinen Raum ohne. Nummer 7. Öko-Staubsauger. Go 8G. One sagte, Go 8G. One ist kein durchschnittlicher Saugroboter. Es ist ein Game Changer in der Welt von Smart. Zuerst muss dieser kleine Kerl gereinigt werden, vollgepackt mit Smarts ausgestattet, mit fortschrittlicher Kartentechnologie navigiert. Ihr Zuhause wie ein Profi und sorgt dafür, dass kein Staub entsteht. Bunny wird zurückgelassen und es hat noch eins schlankes Design, das mühelos gleitet unter Möbeln für eine gründliche Reinigung. Ob Sie Hartholzteppiche haben, Böden oder eine Mischung aus beidem, der G8G One ist oben. Der Herausforderung passt es seine Reinigung an Modus zur Anpassung an unterschiedliche Bodentypen. Hinterlassen Sie Ihr Zuhause makellos ohne jetzt ins Schwitzen kommen. Lasst uns darüber reden. Die wahre Magie im Kampf gegen Tierhaare. Wenn Du bist ein stolzer Haustierbesitzer, das weißt Du kämpfe. Aber fürchte Dich nicht vor den Go 8G One. Das fortschrittliche Bürstensystem behandelt. Tierhaare. Nummer 8. Moliroboterküche. Die Moliroboterküche gehört nicht Dir. Es ist ein gewöhnliches Kochgerät, hochmoderner Roboterkoch, der das kann zaubern, sie damit ihre lieblingsgerichte Präzision beim Abfackeln, kein mühsames Arbeiten mehr in der Küche nach einem langen Tag hier, die Magie, ein paar fortschrittlicher Robotik-Arme, die die Bewegungen von Bällen, nachahmen, Köche aus der ganzen Welt, diese Waffen sind, mit einer umfangreichen Rezeptur ausgestattet, Bibliothek sorgt für ein vielfältiges Angebot. Die Küche ist nur einen Katzensprung entfernt. Besorgt über Komplexität, Angst, nicht die Motte. Nummer 9. Phantom-Bildschirme. Stellen Sie sich vor, Sie entspannen sich auf Ihrem auf der Terrasse, ein kühles Getränk schlürfen und genießen die Brise ohne ungebetene Gäste. Das ist die Magie von Phantom Screens. Diese innovativen Bildschirme sind Ihr Ticket zum fehlerfreien Bliss. Phantom Screens Angebot, eine Reihe von Optionen von versenkbar Bildschirme für Fenster und Türen, motorisierte Bildschirme für weitläufige Verranten. Die Installation ist ein Kinderspiel und wenn Sie fertig sind. Wenn Sie nicht verwendet werden, verschwinden Sie nahtlos. Lassen Sie Ihre Sicht ungehindert. Aber es ist so, es geht nicht nur darum, Insekten fernzuhalten. Phantom Screens bieten UV-Schutz. Machen Sie Ihren Außenbereich zu einem sicheren Ort für Familie ohne den Aufwand. Nummer 10. Ein Rito-Heimlift. Haben Sie jemals davon geträumt, Ihr eigenes zu haben? Eleganter und stilvoller Aufzug direkt in Ihrem Wohlfühlträume werden wahr. Vorstellung des Erito-Homelifts. Gamechanger im häuslichen Leben ist dies nicht Ihr durchschnittlicher Aufzug, ist ein Lebensstil. Aktualisieren Sie zuerst das Design dieses Aufzugs. Es ist nicht nur ein Aufzug, es ist ein Kunstwerk. Es fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein Dekor, das einen Hauch moderner Eleganz verleiht. Und das Beste daran ist, dass Sie es individuell anpassen können. Passend zu Ihrem Stil verabschieden Sie sich von langweiliger Aufzüge, aber darum geht es nicht. Es sieht so aus, als ob es um den Homelift Oro geht. Bequemlichkeit. Egal ob Sie tragen. Lebensmittel, Möbel bewegen oder einfach nur Vermeidiger Nummer 11. Hat einen intelligenten Spiegel. Stellen Sie sich vor, Sie zu kombinieren. Morgenroutine mit Cutting-Edge-Technologie. Das ist genau das, was die Poseidon Smart Mirror macht, es nicht einfach ein Spiegel ist. Ihr persönlicher Assistent. Für den Tag ist das Wichtigste zuerst das hier. Der Spiegel ist wie kein anderer. Er ist nicht gerecht. Es spiegelt dein fabelhaftes Selbst, wieder füttert sie mit Informationen durch sein schlankes Design. Das Design lässt sich nahtlos integrieren. Kommen Sie jetzt in Ihren Wohnraum. Lassen Sie uns reden. Übergesundheit. Poseidon verfolgt Ihre Fitness. Ziele zeigt Ihre Schrittzahl und sogar anschlägt Trainingsroutinen vor einem persönlichen Trainer direkt in Ihrer Nähe zu haben. Wand Nummer 12. Paro-Gestensteuerung. Nehmen wir an, Sie winken mit der Hand, um das zu ändern Titel auf Ihrer Playlist oder durch Wischen Luft, um einen Anruf zu beantworten, das ist die Magie, von was genau ist. Puro-Gestensteuerung. Paro. Gestensteuerung ist es ein Schnitt-Edge-Technologie, mit der Sie interagieren können, mit Ihren Geräten mit einfacher Handbewegungen, keine Notwendigkeit, etwas von Ihnen zu berühren, Gesten sprechen, ob du ein Bist-Gamer, ein Multitasker oder einfach jemand, der liebt coole Gadgets. Perro hat Dich abgedeckt, geht es nicht nur um Bequemlichkeit. Es geht darum, die Zukunft in die eigene zu bringen. Hände im wahrsten Sinne. Es sind 12. Unglaublich Erfindungen, die jeder Hausbesitzer braucht. Erfahren Sie, ob Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie möchten auf dem neuesten Stand bleiben. Innovationen dürfen nicht vergessen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche abonnieren. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.